hallo liebe leute willkommen zu einem pack opening von mir mein name ist peter und heute bin ich nicht allein leute es ist nicht danni also daniel es ist mein freund leonard das red bitte richtig ok also ja also heute wir machen kein pack opening natürlich verarschen wir euch wir machen die kaputoro die xbox auf weil wir haben ja letzte letztes mal die also nicht letztes mal so ein paar videos her die kapurin geöffnet und das ist ja genau das gegenteil deshalb sei ich eigentlich meine folien hier drin also kaputoro verdient sich schon eine folie ich weiß nicht wie ihr das denkt aber ja es ist ja eine gegner das hat ja für euch code karte ja und nein ich sehe immer turbofieber auf der scheiße also leute wir haben eine stunde der wächter ein noch ein zwei ein sonne und mond und ein turbofieber also ich glaube also jeder von uns ein stunde der wächter welches willst du ja ich nehme den also welches von den beiden willst du mit dem mond oder trüblich über weil trüblich über kannst du dein lieblings pokémon ziehen ich weiß aber naja also welches möchtest du also erst also wir machen das dann so also ja fängt erstmal an mit tor über natürlich kennt mein freund kartentricks und so wir haben aber auch noch ein zuschauer der stefan sag mal also wir haben das erste pokémon ist ein symboler top frank kampf geist man sich auf der kamera ja ja okay oh ja quachwaff korassan die wir samozel kamalat akani und ein braner ok sonne und mond sonne und stunden ach ja 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 die blöde pack ich krieg jemand auch hier die mache ich ja code karte könnt ihr haben 1 2 3 4 hast du gemacht ja ja okay gut so und glattenergie mach doch mal sagt energie akku terribug vorbei latsch wenn du sie das teller aqua exe festhalten ja kliff kaputzi und dann haben wir haben wir haben noch zwei packs also ich hoffe wir ziehen was wir waren gerade bei einem geburtstag von unserem anderen freund nikolaus heißt er hat eine kaputt geöffnet von mir als geschenk und er hat eine 1 meter groß voll art gx gezogen als eine wasserenergie ein toptank fixi batanekto zander mahollo shaneira schnäppke pam pam nur fernseh und bachai quasi habe ich jetzt doppelt okay du bist unsere eigene einzelne höchstung der wächter noch mal und da sind nur steine drin ist aber nicht ja ja ich kann nicht den kodkarten ja hier ich war das sind fünf nirgendwo eine taugenergie psychenergie ist mit an wahl bands feldgebläse schmalbini wuffels Viscora, Fleckmann, Pampoli, vor mir und leider nichts Gutes, aber ein Gelatrino. Ja, wartet, wartet, haben wir eine Reverse Rare Wings bekommen? Wir haben nicht mal eine Reverse Rare Wings bekommen. Das ist voll neins. Also, okay, wir haben ja schließlich noch den. Naja, einige ich schon mal bin ich schon. Ne, wartet, wir wollten euch noch was zeigen, oder? Äh, unterhalte mal mit irgendwas oder so. Ja, ach so, ein Witz. Wie viele Beine hat ein Pferd? Richtig! Es hat zwölf. Zwei vorne, zwei hinten, zwei rechts, zwei links und in jeder Ecke eins. Ja, habt ihr richtig beantwortet. Ähm, das nächste werdet ihr nicht falsch beantworten. Ein Bumerang, der nicht zurückkommt. Wie heißt das? Soll ich es sagen? Ja? Okay, falsch. Okay, ich bin wieder da. Es ist ein Stock. Ganz einfach. Okay, ein Stock. Leute, wir wollten euch noch unbedingt zeigen, was wir heute... Also, ich habe mir zwei Evolution Packs gekauft bei diesem Geburtstag. Habe ich mir, habe ich die geöffnet und ihr werdet gleich sehen, was wir gezogen haben. Also, Lamos... Ja, ist okay, ja? Lamos EX. Und dann das Zweite. Und jetzt zum Knaller, Alter. Kein Fake. Ein Megatotok EX, okay? Ja. Also Leute, erstens, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ihr müsst kein Like da lassen, aber es wäre cool, wenn ihr einen da lasst. Und? Bye, Leute. Und? Ja, und Stefan. Was? Tschüss. Tschüss, Leute. Bye. Ich auch. Tschüss.